Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Caritas, liebe junge Christen, liebe Beamte, Beamtinnen der Bundespolizei, Frauen und Männer in unseren Pfarrgemeinden und darüber hinaus in unseren Städten und Dörfern, Kinder, Jugendliche, Studentinnen, Studenten. Sie gehen mit Geduld und Professionalität mit den Menschen um hohen Respekt. Danke, dass Sie da sind. Ich danke allen Medienschaffenden sehr herzlich für ihre kompetente Berichterstattung. Danke dafür, dass ihr jetzt kreativ werdet und euch engagiert. Ich danke allen, die in dieser Weise sich für die Menschen, die zu uns kommen, als gastfreundlich erweisen. Ein herzliches Dankeschön. Dafür möchte ich ganz herzlich danken, weil das ein wirkliches Zeichen der Offenheit, der Bereitschaft des Willkommens ist. Bei den Soldaten gibt es ein gutes Motto, für das sie ihren Dienst tun. Es heißt, wir dienen Deutschland. Ihnen allen, meine Damen und Herren, sage ich danke, weil ich sagen möchte, wir alle dienen den Menschen.